Heute Himmel. Was meint denn Jesus mit Himmel? Vielleicht werden wir heute sagen, die geistige Welt, also die andere Seite dessen, was wir hier auf der materiellen Welt erleben. Geistige Welt, das ist nicht etwas Theoretisches, sondern Jesus meint das ganz praktisch, dass das zusammengehört, die geistige Welt und die materielle Welt. Sonst hätte er nie beten können, dein Reich komme, und zwar auf diese Erde, wohin denn sonst? Also hier müssen wir schon arbeiten, an die Vorarbeit leisten für die geistige Welt. Das heißt konkret und praktisch mehr Gerechtigkeit, mehr Frieden, Bewahrung der Schöpfung. Das ist nichts theoretisch Frömmelndes, sondern etwas ganz Konkretes und Praktisches.